Guten Morgen, ich freue mich, Sie begrüßen zu können zu unserer zwölften Vorlesung in der Vorlesungsreihe zur Einführung in die pädagogische Psychologie. Heute wollen wir uns vor allem dem Thema der Unterrichtsqualität widmen. In der vorherigen Woche haben wir uns ja schon viele verschiedene Unterrichtsmodelle angeschaut und auch den Einfluss der unterschiedlichen Unterrichtsmodelle. Dahingehend haben wir uns vor allem das Angebots- und Dutzungsmodell von Helmke angeschaut, in welchem vor allem betont wird, dass guter Unterricht von den individuellen Gegebenheiten im Gestamtkontext des Lernens abhängt. Und das quasi eine Art Rahmenmodell beschreibt, um viele verschiedene Faktoren auf individueller Ebene, auf kontextueller Ebene, unterrichtlicher Ebene, schulischer Ebene genauer zu beschreiben und zu betrachten. Und auch da die verschiedenen direkten und auch indirekten Einflussfaktoren genauer zu betrachten. Wir haben uns da auch dieses Modell wirklich auch in großer Tiefe in der vergangenen Woche angeschaut. Und das ist auch wirklich quasi so eines dieser großen Rahmenmodelle, welches Sie als theoretische Fundierung auch für eine Vielzahl an Theorien in der pädagogischen Psychologie, vor allem im deutschsprachigen Raum, auch sehen und auch verwenden können. Dann als ein Beispiel für einen direkten Einfluss von Lernenden auf die individuellen Lernaktivitäten und auch dann auf den Leistungserfolg, auch signalisiert durch die unterschiedlichen Pfeile in diesem Angebots- und Dutzungsmodell, ist halt die Intelligenz auch zu sehen. Und im Gegensatz dazu einen indirekten Einfluss, also keinen direkten Einfluss auf den Lernerfolg haben kontextuelle Faktoren. Und da, Sie sehen, das ist quasi der, der im Angebotsteil und auf den Lernerfolg, also das Lernergebnis, da zwischenliegt halt vom Angebot die Nutzung, die dann dazu führt, was für Lernergebnisse dann auch vorliegen. Genau, also soviel zu den Quizzen. Wir haben schon fast an die 100 Millionärinnen und Millionäre in unserer Veranstaltung. Also herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an alle. Genau, wir liegen auch, glaube ich, sehr gut im Plan. Das Vorlesungsfeedback von letzter Woche auch wieder sehr positiv. Freut uns natürlich auch in der Team. Eine Anmerkung, die kam, die relativ spannend war, war gewesen, dass einige von Ihnen auch vielleicht sogar ein bisschen noch Sorgen haben, die Millionenpunkte zu erreichen. Ich kann Ihnen da auch wirklich nur empfehlen, die Kristallkugelfunktion zu verwenden, weil Sie auch da sehr gut sich quasi noch Ihren restlichen Weg zur Million zum Teilnahmeschein auch gut planen können. Spannenderweise, im Feedback war quasi ein Alternativvorschlag, wie man, was quasi wir als voraussetzen können, um einen Teilnahmeschein zu erwerben. Das Witzige war, wenn man die unterschiedlichen Bestandteile vom Alternativvorschlag zusammengerechnet hat, kam man auf über eine Million Punkt. Also von daher, ich glaube dann, also ich erzähle das quasi, um Ihnen zu zeigen, es ist vielleicht gar nicht so viel und so groß, wie es halt irgendwie den Anschein hat auch. Also wenn Sie sich das halt gut planen, ich bin davon überzeugt, das kriegen Sie auch sehr gut hin. Okay, all right, genau, wir nähern uns so langsam dem Ende vom Semester zu. Das heißt, wir gehen auch so langsam in mehr Richtung Klausur. Ich habe Ihnen in der letzten Woche gesagt und auch versprochen, dass wir da heute einige Informationen auch dazu sagen werden. Also, die Klausur findet online statt. Unser Klausurzeitraum ist am 15. Februar von 8 bis 10 Uhr. Wir werden für jede Klausur 30 Minuten Zeitblöcke haben und nur innerhalb von diesen Zeitblöcken werden die jeweiligen Modulteile freigeschaltet werden. Die Anmeldung zu der Modulteile-Prüfung und auch den einzelnen Prüfungen, also Sie können sich auch da frei wählen, frei wählen, welche Modulteile sich halt bewegen wollen. Das können Sie dann in unserem Anmeldeformular beschreiben. Und dann werden Sie halt dann auf Ilias voraussichtlich, können Sie dann diese jeweiligen Klausuren oder Klausurteile, Klausurblöcke für die einzelnen Veranstaltungen sich genauer anschauen. Genau, die Frage aus dem Chat ist das hundertprozentig sicher bezüglich der Klausur. Es ist 99,9 Prozent sicher, dass es als Online-Klausur stattfindet. Also, wir sind noch gerade dabei, so einige Feinheiten zu klären. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir uns mit 300 Personen in Präsistenz in der neuen Aula beispielsweise treffen. Von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass es eine Online-Klausur sein wird. Die Anmeldung werden wir Ihnen diese Woche oder nächste Woche via Ilias bzw. via Great Craft auch zusenden. Wir werden auch den Link dann in den Folien dann auch haben. Genau, wie ist die Klausur aufgebaut? Prinzipiell haben wir sieben Frageblöcke mit jeweils vier Unterfragen oder vier Unterpunkten. Die quasi ist Single-Choice in gewisser Weise dann existent. Also, wie quasi von den Quizzen. Sie können sich quasi irgendwie Klausur vorstellen wie sieben Quizze aneinander gepackt. Genau, das ist zumindest die Modalität hier für unseren Vorlesungsteil, also für die pädagogische Psychologie. Wie das Jessica oder Ulrich machen werden, das müssen Sie dann in den jeweiligen Veranstaltungen genauer nachfragen. Aber zumindest hier ist es sieben mal vier Fragen zu den unterschiedlichen Klausurteilen. Wir haben, also ich kann Ihnen auch, da war vorhin auch noch eine Frage im Chatfenster, ob wir die Quizze doch mal freischalten, damit Sie das noch mal üben können. Prinzipiell wollen wir auch eine Probeklausur quasi für Sie herstellen, wo Sie dann noch mal überprüfen können, hey, zum einen, wie sieht es mit Ihrem aktuellen Wissensstand aus, aber auch zum anderen, damit Sie quasi technisch auch gut vorbereitet werden. Wir haben auch noch ein Überblicksdokument mit Informationen zur Klausur. Das überarbeiten wir gerade und das kriegen Sie dann logischerweise, sobald halt der Klausur-Anmelde-Link dann auch für Sie vorhanden ist. Prinzipiell, das ist, obwohl es eine Online-Klausur ist, ist es auch eine Closed-Book-Klausur, das heißt Folien, Spiegzettel und so weiter, das sind nicht zu verwenden und Sie unterschreiben quasi digital im Vorfeld, bevor Sie halt die Klausur absolvieren, dass Sie auch keine Hilfsmittel verwenden, also dass Sie quasi eigenständig und selber auch die Klausur dann auch bearbeiten. Genau, für Fragen wie während der Klausur ist quasi hier unser Zoom-Raum, in dem Sie jetzt auch gerade vielleicht drin sind, wenn Sie die Vorlesung live sehen. Ansonsten für die, die die Vorlesung auf YouTube verfolgen, quasi in dem Zoom-Raum, in dem wir uns auch normalerweise zur Vorlesung treffen, da können Sie dann auch bei technischen Problemen dann auch hereinkommen. Aber ich bin ehrlich, das hat eigentlich in den vorherigen Jahren wunderbar geklappt alles. Also wir hatten da keinerlei Probleme, also hoffen wir mal, dass es auch in diesem Jahr auch so geht. Fragen aus dem Chat, ich lese vor, nur Single-Choice oder auch Multiple-Choice, also für unsere Veranstaltung hier ist es wirklich wie bei den Quizzen, also Sie kriegen quasi Fragen, hey, zum Angebot, zum Dutzungsmodell, die vier Aussagen, sind die richtig oder falsch? Genau, zweite Frage aus dem Chatfenster, sind wir während der Klausur im Zoom-Raum alle drin oder nur bei Fragen? Sie sind da nur, wenn Sie Fragen haben, logischerweise ohne Hilfsmittel, ohne irgendwelche anderen Studierenden. Also sie sollen sich logischerweise nicht irgendwie zu viert treffen und das halt gemeinsam beantworten. Wir haben auch da quasi technische Vorkehrungen, um halt auch so etwas dann zu erkennen und auch dann zu detektieren. Und halt für Täuschungsversuche ist es dann halt nicht bestanden und das wird dann halt auch weiter gemeldet. Also quasi wie bei jeder anderen normalen Klausur ebenfalls auch. Genau, aber quasi wenn Sie Fragen haben, dann ist halt auch dieser Zoom-Raum dann auch für Sie zur Verfügung. Alright, so viel zur Klausur. Wir werden auch quasi jede Woche so ein wenig wieder etwas über die Klausur reden. Und wenn Sie die Veranstaltung halt via YouTube-Verfolgung und halt Fragen stellen wollen, im Idealfall kommen Sie zu einer von unseren Live-Sitzungen, um die Fragen halt auch direkt zu stellen. Beziehungsweise stellen Sie die Fragen in unserem Piazza-Forum. Weil wenn Sie Fragen haben, werden vermutlich andere Studierenden ebenfalls die Fragen haben. Das heißt, wenn Sie mir halt per E-Mail schreiben, kriegen nur Sie die Antwort. Aber viele andere, die wahrscheinlich die gleiche Frage haben, kriegen dann halt keine Antwort. Von daher lieber die Wege wählen, wo die Informationen dann auch breiter verteilt werden. Alright, so viel dazu, aber jetzt zur Unterrichtsqualität. Dem Thema von unserer Veranstaltung heute. Und wir starten auch am besten sofort mit einem Breakout-Raum. Und zwar für Sie. Was macht eine gute Lernumgebung aus? Circa 5 Minuten. Und dann sehen wir uns wieder. Moment, ich öffne kurz die Breakout-Räume. Und los geht's. Viel Spaß. Bis gleich. 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 Okay. So. Willkommen zurück. Gute Lernumgebung. Was ist guter Unterricht? Und zwar aus der Sicht der pädagogischen Psychologie wollen gute Lernumgebungen kognitive und auch motivational effektive Lernprozesse fördern, um dann auch zu besseren Lernergebnissen zu kommen. Und im Merkmal der Unterrichtsqualität sind dann quasi dahingehend zu sehen, um dann diese Zielbedingungen dann auch besser zu erfüllen. Dabei unterscheidet man vor allem zwischen Sicht und auch tiefen Strukturen. Sichtstrukturen beziehen sich vor allem darauf, was man direkt sehen kann, wenn man Unterrichtsgelegenheiten beobachtet. Also jetzt beispielsweise hier Frontalunterricht oder Gruppenarbeiten oder Einzelarbeiten. Also das sind quasi verschiedene Beispiele von Sichtstrukturen. Prinzipiell ist der Unterricht dadurch arrangiert, welche Unterrichtsmethodiken verwendet werden, welche Organisationsformen und Sozialformen. Und man kann dabei nicht per se sagen, dass beispielsweise Frontalunterricht immer schlecht sei. Sondern es kommt halt wirklich sehr darauf an, wie die Lernarrangements eingebettet werden für die jeweiligen Zielkonstrukte. Dabei geben die Sichtstrukturen quasi den Rahmen von der Unterrichtsgestaltung vor, in Bezug auf, was für Methodiken werden verwendet, welche Sozialformen liegen dabei vor. Sie haben da auch jetzt verschiedene Beispiele gerade gesehen. Wir gehen da jetzt auch nochmal etwas genauer drauf ein. Also beispielsweise lehrkraftgesteuerte Unterrichtsmethoden, also so etwas wie Frontalunterricht oder so etwas, was wir jetzt hier gerade auch haben, da Kernmerkmale davon ist, dass die Lehrkräfte den wesentlich aktiveren Teil davon unternehmen und die Lernenden eher reaktiv sind. Prinzipiell wird frontale Instruktion häufig als nicht mehr zeitgemäß kritisiert. Nichtsdestotrotz ist es wirklich mit einer der am häufigsten angewendeten Unterrichtsmethodiken. Und es gibt wirklich auch eine Vielzahl an verschiedenen Formen und Ausgestaltungen, wie Frontalunterricht auch praktiziert werden kann. Spannenderweise zeigt sich dabei auch vor allem, dass es auch zu sehr großen Lernzuwächsen kommt bei Frontalunterricht. Insbesondere, wenn die Aufmerksamkeit auf zentrale Informationen gedenkt werden kann. Oder auch, wenn Zeit zum Elaborieren gegeben wird. Wenn die Informationen gut umschrieben und auch klar strukturiert werden, um dann komplexere Inhaltsbereiche didaktisch so aufzubereiten, dass die Inhalte dann auch gut und anstaulich in die Wissensstrukturen der Lernenden mit integriert werden können. Dann als zweites Beispiel Fragen entwickelnde Unterrichtsgespräche. Dabei liegt im Fokus, dass Probleme vorgestellt werden und gemeinsam dann die Sachverhalte in einer Art Dialog mit den Lernenden entwickelt werden. Die Lehrkraft nimmt dabei vor allem Moderationsrollen ein und es wirkt wie eine weitaus offenere Unterrichtsform. Aber das ist oftmals nur, aber dies hat oftmals nur den Anschein, weil die Lehrpersonen ebenfalls auch klare Zielvorstellungen haben, wie sie diese Unterrichtsgespräche dann Fragen entwickeln wollen. Denn prinzipiell sind solche Fragen entwickelnden Unterrichtsgespräche besonders effektiv, wenn sie konstruktive Dialoge beinhalten. Also wenn mit Fragen eine Initiierung vorgenommen wird, dann kommen Antworten von den Lernenden, worauf dann die Lehrperson Feedback gibt. Das wird ebenfalls als IRF-Muster auch bezeichnet. Und während dies quasi eine effektive Form von Fragen entwickelnden Unterrichtsgesprächen darstellt, erfordert dies eine sehr hohe Konzentration und auch Reaktionsschnelle von den Lehrpersonen, weil sie nicht nur zwei, drei Schritte vorauszudenken haben, sondern auch wirklich auf die möglichen Antworten der Lernenden vorzubereiten sein müssen, um dann beispielsweise Alltagskonzepte oder Fehlvorstellungen, sagen wir mal, im Physikunterricht zu verstehen, erkennen und diagnostizieren zu können, wo die Fehlvorstellungen liegen, um dann das entsprechende Feedback dann auch zu geben. Prinzipiell ist es halt bei der direkten Instruktion, es kommt halt vor allem darauf an, dass die Informationen auf die relevanten Inhaltsbereiche gedenkt werden, um dann zu einer tieferen Informationsverarbeitung dann zu gelangen. Und im Idealfall wollen sie halt quasi das Vorwissen aktivieren und dann die Ziele klar präsentieren und dann in einer Gruppenphase das zu Erlernende weiterhin zu üben und dabei die Lernenden zu aktivieren und Feedback dann auch zu kriegen. Und quasi von der Übung in der Gruppenphase dann überzugehen in eine individuellere Übungsphase, sodass die Lernenden die Informationen konsolidieren können, um sie dann in das Langzeitgeldstechnis dann auch zu übertragen. Prinzipiell ist direkte Instruktion laut verschiedenen groß angelegten Meta-Analysen eine effektive Form des Lernens und lässt sich auch vor allem gut eignen für Fächer, die einen sehr hohen Strukturierungsgrade aufweisen und auch klar unterteilte Inhaltsbereiche haben. Also vielleicht so etwas wie Mathematik als ein Beispiel. Aber prinzipiell können sie diese Lehrmethode wirklich auch in einer Vielzahl von Fächern auch anwenden. Und diese Form der Instruktion ist besonders effektiv, wenn die Lernenden wenig Vorwissen in den jeweiligen Inhaltsbereichen haben. Spannenderweise, vielleicht anders als sie vermuten, konnten eine Vielzahl an Studien auch keinerlei negativen Effekten auf die Motivation dann auch wahrnehmen. Eine andere Form von Struktur ist kooperatives Lernen, Gruppenarbeiten und die Idee von Gruppenarbeiten ist es sowohl motivational als auch kognitive Prozesse von Lernenden zu fördern. Auf der motivationalen Ebene wird vor allem angesprochen, dass viele verschiedene Personen wesentlich aktiver angesprochen werden und dass sie erinnern sich vielleicht an die Self-Determination Theory sozialer Eingebundenheit als eines der Kernkriterien von den ABCs of Motivation, die sie jetzt auch hierbei sehen, die quasi von Gruppenarbeiten auch gefördert werden. Kognitiv kann es ja ebenfalls zu spannenden Prozessen kommen, die das Lernen dann auch fördern sollen. Beispielsweise, wenn kognitive Konflikte ausgelöst werden, weil verschiedene Mitgliederinnen und Mitglieder einer Gruppe vielleicht andersweitige Meinungen haben, die dann mithilfe von Interaktionen innerhalb der Gruppe dann diskutiert werden, um dann diese kognitiven Konflikte dann auch zu lösen. Weiterhin können kognitive Prozesse ausgelöst werden, um Fragen zu stellen oder um Wissen besser zu elaborieren, um dann den eigenen Wissenszuwachs auch zu prüfen. Das klingt an sich soweit alles gut, aber Sie haben das auch vermutlich auch schon erlebt, dass nicht jede Gruppenarbeit insbesondere auch immer gut funktioniert zu jeder Zeit. Was sind da mögliche Probleme, die dabei auftreten können? Sie werden das doch vielleicht gemerkt haben, wenn Sie die Erklärvideos hier in unserer Veranstaltung oder die Podcasts gemeinsam erledigt haben. Dann können Sie vielleicht auch quasi sehen, was da Schwierigkeiten waren, wenn Sie sich dabei strukturiert haben. Vielleicht dabei sind insbesondere Koordinations- und Motivationsverduste hervorzuheben. Also so etwas wie, wir konnten jetzt nicht arbeiten, weil die Personen nicht alle Informationen gehabt haben. Oder dass Sie Motivationsverduste haben, wenn Personen weniger Leistung erbringen, als es quasi von der Gruppe gefordert wird. Oder wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie quasi von Ihren Partnerinnen und Partnern ausgenutzt werden. oder wenn es halt so etwas ist, wenn Sie mit einer Person die Gruppearbeit machen, wo Sie meinen, okay, hey, die Person weiß, es ist sehr viel, lassen wir mal das die Person lieber machen. Also es gibt da wirklich eine Vielzahl an Effekten, die halt zu Motivationsverdusten führen können. Also so etwas wie den Trittbrettfahrer-Effekt, das soziale Faulenzen, Gimpel-Effekt und auch Status-Effekt. Sie haben dies auch vermutlich schon einmal live und real auch erlebt, während Ihrer Schulzeit, während Ihrer Universitätszeit. Ich würde Sie nun bitten, in dem nächsten Breakout-Raum, Beispiele, wo Sie halt gemerkt haben, okay, hey, Motivationsverlust oder Koordinationsverlust, was waren das für Beispiele? Und wie wäre es möglich gewesen, so etwas zu verhindern? Insbesondere jetzt von der Perspektive von der Lehrperson. Was hätte man als Lehrperson dabei auch anders machen können? Genau, dies im nächsten Breakout-Raum, circa 5 Minuten. Sie können sich auch quasi hier die Folienlogspiele auf Igles oder Raycraft herunterladen, wenn Sie da diese Beispiele auch nochmal sehen wollen. Und dann sehen wir uns gleich. Vielen Dank. 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 Sodass Sie da auch gewisse Überschneidungsprozesse dann auch sehen können. Prinzipiell gibt es auch dabei verschiedene Dimensionen, verschiedene Basisdimensionen, die wir auch in Bezug auf den in Anführungszeichen guten Unterricht dann auch feststellen können. Und mit diesen Oberkategorien, wenn diese in Lernarrangements vorhanden sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass auch dann Lernerfolg dann sich auch für die Lernenden einstellen kann. Wie gesagt, einstellen kann. Sie erinnern sich an die Woche vorher, Angebot, Schutzungsmodell. Wir reden jetzt quasi über die Merkmale, wie man das Angebot möglichst gut gestalten kann. Welches dann die Lernenden natürlich trotzdem auch noch wahrzunehmen haben. Prinzipiell Basisdimensionen, man spricht da von drei verschiedenen Merkmalen. Der Klassenführung, der kognitiven Aktivierung und der konstruktiven Unterstützung. Zur Klassenführung. Davon wird vor allem gesprochen von den Handlungen und Strategien, die dazu dienen, die Organisationsstrukturen klarzustellen und auch quasi über die Zeitdauer für die Interaktionen aufrecht zu erhalten. Das Ziel, davon ist es die effektive Lernzeit, also das sogenannte Time on Task, was wirklich auch einer der wichtigsten Faktoren für den Lernerfolg ist, zu erhöhen. Spannenderweise, kurzer Funfact, ich habe auch auf Lehramt studiert früher und in einem Schulpraktikum habe ich mir auch mal so den Spaß gemacht, quasi mir so eine Excel-Tabelle zu nehmen und da halt irgendwie für eine Unterrichtsstunde, die halt 45 Minuten in der Schule, in der ich war, jeweils gehabt hat, um da quasi wirklich nur zu markieren, okay, in dieser Minute wurde da effektiver Unterrichtsstoff gemacht oder wurde über irgendwie Organisation geredet oder wurde die Tafel geputzt oder wurde irgendwas anderes gemacht. Crazy. Sie werden sich das überhaupt nicht vorstellen, wie wenig Zeit, real gesehen, Time on Task in einer Vielzahl von Unterrichtsstunden, die ich da beobachtet habe, dann auch verwendet wurde. Also solche, die Verbindung von Time on Task auf den Lernerfolg, völlig klar. Genau. Und das sehen Sie auch quasi in, nicht nur, wenn Sie jetzt irgendwie meine Anekdoten da verfolgen, sogar quasi ebenfalls in der Unterrichtsforschung. Und Sie können auch da auch sehr gut erkennen, okay, was machen effektive Lehrkräfte, die die Time on Task maximieren können, im Vergleich zu Lehrkräften, wo das schwieriger fällt. Und dabei zeigt sich vor allem, Lehrkräfte sind insbesondere effektiv, wenn sie mögliche Unterrichtsstörungen frühzeitig und präventiv erkennen und auch vermeiden, so dass dann Klassenführung auch wirklich als eine Art der proaktiven Steuerung dann auch zu sehen ist. Wie kann man sich so etwas genauer anschauen, also was Sie da quasi machen wollen? Also wir sind jetzt hier von Klassenführung in einem schulischen Bereich, aber Sie können sich sicherlich ebenfalls gut vorstellen, wenn Sie vielleicht nach Ihrem Studium in der beruflichen Fort- und Weiterbildung von Unternehmen von, sagen wir mal, Daimler arbeiten, um da neue Konzepte in Bezug auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterstulungen zu machen. Und das ist natürlich genauso relevant dann auch für Sie. Also Sie wollen quasi dabei wirklich quasi auch dafür sorgen, dass Sie dann die verschiedenen Elemente der Führung in diesen Lernsituationen möglichst konsequent dann auch gestalten, damit Sie dann die Zeit auf die realen Dinge, auf die Time on Task, auf Ihre Lehrprozesse dann wirklich optimieren. Die zweite Basisdimension, kognitive Aktivierung, beschreibt sich darauf, wie Sie Ihre Lernenden in den Lernarrangements intellektuell fordern. Und Sie sehen dabei Lernen vor allem als einen aktiven Prozess, sodass Sie halt da wollen, dass Sie die Aufmerksamkeit der Lernenden vor allem auf das Lernmaterial richten, um dann auch die Informationen, die Sie an Ihre Lernenden neu bringen, dann auch mit dem Vorwissen verknüpfen. Sie erinnern sich da auch wahrscheinlich an die vorherigen Vorlesungen, damit quasi diese neuen Inhalte in die bereits vorhandenen Vorwissensstrukturen auch gut integriert werden können. Also Sie wollen quasi die Lernenden dabei aktiv auseinandersetzen mit den Lerngegenständen, die Sie dann auch betrachten. Dabei zeigt sich ebenfalls das kognitives Anregungsniveau im Unterricht, obwohl das eines der wichtigsten Faktoren für Lernerfolg und für guten Unterricht auch darstellt, große internationale Studien wie PISA oder wie TIMS zeigen, dass dies leider häufig nur gering ausgeprägt ist. Also wir haben quasi da großes Verbesserungspotenzial in gewisser Weise, um quasi die Lernarrangements qualitativ auch weiter zu erhöhen. Wie kriegen Sie das hin, damit kognitive Aktivierung auch eher vorliegt? Also Sie wollen vor allem das Wissen, was Sie halt neu an die Lernenden präsentieren, an das Vorwissen anknüpfen und auch wirklich Aufgaben und Lernarrangements haben, die jetzt keine einzige feste Lösung oder keinen einzigen festen Lösungsweg haben, sondern Sie wollen es erlauben, mehrere Lösungswege zu haben, wo auch dann verschiedene Inlandsbereiche miteinander verknüpft werden können, an das Vorwissen von den anderen herangedockt, sodass Sie dann auch den Transfer leisten können. Okay, was ist schon in dieser Lernsituation bekannt, wo kann ich die neuen Informationen hereinfügen, um dann das jetzt auch im Transfer dann auf eine neue Situation anwenden zu können. Und Sie wollen auch da quasi auch wirklich so diese Elaborierungsphasen, das Nachdenken von den Lernenden dabei fördern in diesen Unterrichtssituationen. Dabei ist es halt vor allem, dabei gibt es quasi verschiedene Wege, wie Sie oder an welchen Stellen Sie für kognitive Aktivierung auch sorgen können. Beispielsweise wie Sie die Aufgaben im Unterricht implementieren. Also dass Sie halt dabei beispielsweise die Lernenden dazu anregen, es ist selber, die Lösungen zu prüfen oder dass Sie die Lösungen, die Sie haben, begründen und auch erklären lassen oder dass Sie die Lernenden dazu anregen, quasi über die verschiedenen Lösungswege, Lösungsstrategien dann auch zu diskutieren und zu elaborieren, damit die dann auch gegeneinander gestellt werden können. Ein zweiter Weg, wie Sie kognitive Aktivierung auch herstellen können, ist es, dir genossische Fragen zu stellen. Also vor allem, damit Sie an das Vorwissen Ihrer Lernenden angepasst dann die Informationen herantragen. Also dass Sie sich regelmäßig informieren, okay, wie ist jetzt der Lernstand meiner Lernenden, wie gut kann ich quasi die Aufgaben, die Lernarrangements personalisieren, damit Sie quasi in dieser Stone of Proximal Development sind, um halt Lernende auch gut zu unterstützen. Sehr wichtig dabei ist es, dass Sie quasi da auch klar machen wollen, das ist auch in Bezug auf die Klassenführung, dass quasi in diesen Feedback-Dubes der diagnostischen Fragen quasi keine Bewertung per se stattfindet, sondern dass es quasi Lernhinweise oder lernförderliche Mechanismen darstellt, um quasi das Kompetenzerleben der Lernenden dann auch zu fördern. Und dann als dritte beispielhafte Strategie, wie Sie kognitive Aktivierung auch noch steigern können, ist es über kommunikative Prozesse. Bei Klassengesprächen, in denen Sie quasi verschiedene Fragen stellen, Interaktionen fördern, bewusst auch dazu sorgen, dass Meinungen begründet werden, evidenzorientiert und dann auch mögliche kognitive Konflikte, die ausgelöst werden, dann auch besprochen werden, damit über die Vorgehensweisen reflektiert wird und elaboriert wird, um dann die neuen Lernkonzepte in die Wissensstrukturen dann auch zu integrieren. Alright, Sie haben jetzt da verschiedene Beispiele auch jetzt gehört und ich würde Sie jetzt nun bitten, quasi in Breakout-Räumen sehr, sehr konkret nun zu besprechen, wie Sie beispielsweise kognitive Aktivierung fördern würden, vielleicht hier in unserer Vorlesung als ein Beispiel. Und ich bitte Sie auch schon quasi eine Person zu wählen, die dann etwas dazu gleich in das Chatfenster dann auch schreibt. Okay, so, los geht's. Fünf Minuten starten jetzt. Okay, so, los geht's. Okay, so, los geht's. Okay, so, los geht's. Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Also eine eine prinzipiell erlernbare und vermittelbare Fähigkeit, die quasi sowohl Fähigkeiten und auch die Bereitschaft dann auch vermitteln kann, um dann auch kognitive, metakognitive und auch motivationale Aspekte dann auch weiter zu fördern. Wenn wir quasi über die professionelle Kompetenz von Lehrkräften reden, haben wir vor allem vier Schwerpunktbereiche zur professionellen Kompetenz, die dann wiederum dazu beitragen, möglichst förderliche Lernarrangements für die jeweiligen Lernenden dann auch bereitzustellen, die wir dabei dann auch uns sehen können. Und quasi diese vier Kompetenzbereiche, Motivation, Überzeugung, Selbstregulation und Profession zu wissen, das sind quasi vier Kernbereiche. Und ich würde Sie jetzt nun bitten, sich zu überlegen in Breakout-Räumen, was Beispiele von diesen Kompetenzen, von diesen Kompetenzbereichen vielleicht sein können, die dann wiederum zu lernförderlichen Arrangements dann auch führen. Also wenn Sie vielleicht genau jetzt in das Chat-Fenster schauen, um diese Beispiele zur kognitiven Aktivierung, die ich jetzt hier gerade sehe, wie irgendwie Quiz, Vorlesungsaktivierung, Planspiele, Motivation, Einstieg und viele andere Beispiele, welche Kompetenzen in welchen der Bereichen sind erforderlich, um beispielsweise jetzt hier diese kognitiven Aktivierungen, die Sie vorher erarbeitet haben, dann auch gut umzusetzen. Circa vier Minuten und wieder in Breakout-Räumen und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, bis gleich. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. 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 Ich meine, die Sie halt diagnostisch im Vorfeld erhoben haben, durch, das ist hier ein Unterrichtsgespräch beispielsweise, also Sie sehen die Vielzahl von Dingen, die wir vorher betrachtet haben, die auch darauf quasi einen Einfluss machen, was quasi das pädagogisch-psychologische Wissen, was Sie jetzt hier in dieser Veranstaltung beispielsweise erwerben von den leeren Theorien, von den grundlegenden leeren theoretischen Überzeugungen, dass Sie dies quasi wissen, um es dann quasi anzuwenden für die leeren Situationen, um dann auch quasi die Entscheidungen, die didaktischen Entscheidungen, die Sie treffen, dann auch zu begründen und auch vielleicht zu wissen, okay, hey, für diese leeren Situation brauche ich vielleicht eine andere Sicht und Tiefenstruktur im Vergleich zu einer komplett anderen leeren Situation. Oder quasi, selbst wenn Sie quasi den gleichen Workshop zur Mitarbeiterführung in der Digitalisierung unterrichten, vielleicht ist es im Jahr 1 komplett anders im Vergleich zum Jahr 2, weil Sie da andere Personen haben, vielleicht eine andere Zielgruppe. Oder vielleicht hat sich in der Unternehmenskultur etwas gewandelt, was Sie dann quasi von den kontextuellen Faktoren, die Sie im Angebotsdutzungsmodell beispielsweise dann wissen, haben, um dann halt daraufhin Bezug zu nehmen und Ihre Lernsituation, Ihr Lernarrangement, dann halt so hingehend zu optimieren, um ein gutes Angebot dann auch zu haben. Und quasi der vierte Punkt, Selbstregulation, es kommt immer wieder, ist auch quasi dabei eine sehr wichtige Kompetenz, um quasi auch zu schauen, okay, wie gehe ich gut vor, um Lernprozesse, Lernstrategien dann auch zu planen. Und auch diese Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, möglichst effizient zu verwenden, um dann auch die Lernarrangements für Sie auch über eine längerfristige Zeit dann auch gut anbieten zu können. Also logischerweise hier Stichwort Burnout, sowas wollen Sie natürlich auch selbst regulatorisch vermeiden, um halt über eine längere Zeit dann auch effizient auch zu sein. Prinzipiell sehen Sie wirklich die Verbindung von diesen unterschiedlichen Faktoren. Und auch da haben quasi einen Großteil an Studien da die Zusammenhänge von den professionellen Kompetenzen mit den Unterrichtsmerkmalen, mit den Qualitätsmerkmalen, den Basisdimensionen gezeigt haben, wie sich die dann sowohl auf die Leistung als auch das Interesse von Lernenden dann auswirkt. Alright, so viel zur Unterrichtsqualität. Wir haben quasi, also ich wurde noch gebeten quasi Werbung zu machen für eine Lernreise zu bildungswissenschaftlichen Exkursionen zu Schulen. Das klingt ziemlich spannend. Also wenn Sie da irgendwie Interesse daran haben, würde ich Ihnen empfehlen, da auch vorbeizuschauen, prinzipiell hier die Empfehlung an wissenschaftlichen Studien teilzunehmen. Sie hatten da quasi einen Ding in einer der ersten Vorlesungen, das ist natürlich nach wie vor sehr, sehr aktiv. Und Sie kriegen auch da sicherlich so, wie wir alle irgendwie, alle paar Tage E-Mails, um quasi an Studien teilzunehmen. Und deswegen kann ich Ihnen auch wirklich nur empfehlen, da auch so an zwei, drei Studien quasi während Ihrer Studierendenzeit auch einfach mal mitzumachen, weil das auch wirklich eine spannende Erfahrung ist, quasi so aus so von der teilnehmenden Perspektive. Wenn Sie quasi selber Studien planen und die seien vielleicht im Rahmen von Ihrer Bachelorarbeit, im Rahmen Ihrer Masterarbeit, dann haben Sie da auch einfach noch mal wesentlich mehr Erfahrungen dann auch gesammelt. All right. Genau, das ist so der Plan. Und dann freue ich mich, Sie dann in der nächsten Woche auch wieder zu begrüßen. Wir werden uns da vor allem digitale Technologien dann auch genauer anschauen. Bevor wir schließen, ich sehe gerade im Chat ist noch eine Frage, ob man zwischen den Modulbereichen in einer Klausur dann hin und her springen kann. Also quasi zwischen Teil 1 und Teil 2 nein. Also quasi die Klausurblöcke von den jeweiligen Veranstaltungen, die sind halt fest vorgegeben. Das heißt quasi in den 30 Minuten für, sagen wir mal, meine Veranstaltung können Sie nur die Fragen zu diesen 30 Minuten dann halt auch beantworten. Wie die genaue technische Umsetzung da aussieht, wir haben auch da quasi dann dafür auch quasi die Probeklausur, wo Sie dann auch noch mal selber so etwas dann noch mal technisch dann auch erfahren können. Aber wie gesagt, wenn Sie halt jede Woche die Quizze machen, damit gut zurecht kommen, bin ich auch sehr davon überzeugt, dass Sie auch da gut vorbereitet sind. Okay, alles klar. Dann freue ich mich, Sie in der nächsten Woche wieder zu sehen. Bis demnächst. Bye. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich das nicht so meinte, dass man zwischen den Modulen dann hin und her springt, also zwischen den Bereichen, sondern ob ich innerhalb dem Modul zum Beispiel jetzt bei Ihren Fragen zwischen der ersten und der zweiten Frage, der dritten Frage und so hin und her springen kann, um was zu ändern oder so. Also ich glaube schon. Also das müssen wir natürlich doch mal überprüfen. Aber Sie, genau, darum ist auch quasi die Probeklausur für Sie halt sehr von Vorteil, weil Sie da so etwas dann ausprobieren würden, logischerweise. Also genau. Okay, vielen Dank. Ciao. Alles klar. Dann bis demnächst. Dann bis demnächst.